Die Deutung eines allegorischen Gemäldes Fünf Männer sehe ich, inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest. Das ist die Pest. Das ist die Pest. Der dritte sitzt in grauem Kleid. Das ist das Leid. Das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass. Das ist der Hass. Das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Weinreinbringer sein. Das war's. Das war's. Vielen Dank.